Herzlich Willkommen für ein neues Video. Heute auch mal Fortnite mit Klara. Hallo. Äh, ja. Und heute wollte ich mal zeigen, wie Klara ablust. Ja, ihr seht schon, es lädt. So. Dann sehen wir uns gleich, wenn ich mit Klara drin in Fortnite bin. So, da sind wir wieder. Ihr seht schon, mit Glüthalsmythos in der Nobby. Klara, könnt auch gerne adden, aber am besten mich verboten, so wie geschrieben wird. So ein Unterstrich und dann das S von Smaragd groß. Puh, bin ich schon gespannt auf die Runde. Eigentlich nicht, ich weiß, was kommt. Ich sterbe, du musst mich wiederbeleben, dabei stirbst du. Ja, Realtalk, Leute. Letzte Runde ist Klara so gestorben, also da habe ich nicht aufgenommen. Und dann so, ähm, versuche ich an Healing Automat sie wiederzunehmen, weil ich hatte die Karte. Und dann ist da ein Gegner. Fliegt, dann hau ich ab, gehe zum nächsten Healing Automat mit Spider-Man Handschuhen. Und da ist auch ein Gegner. Dann würde ich wieder zum nächsten Healing Automat, aber da war auch ein Gegner, der mich dann gekühlt hat. AIMBOT. Geht mit Pistol Fit. Ein paar Ambo. Guck mal, ich kann. Warte. Guck mal, Arbel, äh, Arbel sagt schon. Klara, guck mal hier, weil ich kann. Oh shit. Guck mal auf meinem Bildschirm. Ja, kann, ja. Weißt du, wie es geht? Nein. So, setz mir hin. Anfänger, Mobi. Oh, ich kann lassen. Okay, ich bin weg. So, wir landen hier, glaube ich, oder? Hier, der Hund, Leute. Ich glaube, ihr habt noch keine Fortnite-Runde gesehen, wo wir noch nicht da landet. Und ich dachte mal, Flitzcream einmal, letztens, also letztens in Minecraft, was wir gerade eben hochgeladen haben, war ja nur mein Bildschirm zu sehen. Aber hier könnt ihr jetzt mal beide sehen. Wie Klara auch spielt. Das ist Filmreihe. Leute, wie Klara, der größte Noob in Fortnite, den es gibt. Und der oberen Bildschirm, das bin ich übrigens. Der untere, Klara. Ich hoffe, ihr guckt noch den oberen, weil beim unteren, da seht ihr nur, wie man verkackt ist. Da seht ihr nicht viel. Da sieht man was, wie man verkackt. Aber ich glaube, das ist nicht so interessant. Als ob ich aber nichts Gutes. Na ja, ich habe eine Waffe hier, ich muss... Wie heißt das? Ich habe die beste Waffe. Also, ne, jetzt nicht beste, aber... Eine der Lieblingswaffen-Ordner von mir. Wo war jetzt die? Spitter. Oh, ich habe immer noch eine. Müllbändchen-Kanister nicht haben. Ich habe schon Spider-Man. Weißt du, wo noch so ein Ding ist? Spider-Man? Ja, ach da. Ernsthaft? Danke. Ups. Komm. Wo? Ach da. Ja, dann erstmal bauen. Erstmal Metze fahren. Okay. Fand du auch, wenn du und du ob sie mir dann. Das geht schneller. Schieß einmal drauf, dann haut es ab. Ja, okay. Kannst auch spitzhacken. Klara, äh, und ich spiel nicht als du weiter. Du musst schon, äh, alleine jetzt spielen. Ja. Ja. Wie, Turk, Leute, wenn Klara stirbt, spiel ich als sie weiter und verkackt dann selbst. Wenn ich bin halt so jemand, der... Ja, aber wie kannst du halt nicht weiterspielen, wenn ich sterbe? Ja. Ja, wenn ich sterbe. Ja. Wie toll, ich verkackt denn immer, weil ich immer auf Gegner draufgehe. Und jetzt mach ich mal nicht so. Mit Arme, du warst ja nicht so schlimm. Wie viel Metze hast du? Ich? Ja. Dopp mir mal Holz. Okay. Gegner. Oh je, muss ich angreifen. Auf der Kutsche. Danke fürs Asi-TV-Mobil. Winken die ja auch noch. Danke. Darf ich rein? Drei rein. Warte, ich trinke noch mal Minis. Ich hab auch noch Minis für dich, ich hab sechs. Hey, die waren ja nett. Das waren keine Gegner. Ach so. Hier geh aus draußen, dann kannst du die trinken. Stimmt. Ah, ach egal. Hier war ein Gegner. Oh. Ja. Da ist er auch immer noch. Boah, ich kann nicht treffen. Bist du jetzt gestorben? Nein. Er ist gestorben. Ah, der hat verlassen. Aha. Wo der Maid wurde gequitt? Ich weiß nicht. Da, Gegner, oder? Das ist gerade was wobei gefahren, oder? Nee. Komm, wir nehmen ein neues Asi-TV-Mobil. Wieso nenne ich es überhaupt so? Es heißt doch nicht mehr so. Asi-TV. Der ist auch ein Muskelacker. Fliegen. Fliegen. Hm. Dann kann man einfach berghoffahren mit diesen Dingen. Keine Ahnung. Du veritierst mich. Oh. Die Musik dazu. Du kannst es nicht imitieren. Ich bin Stand-Fahrer. Ich kann am besten mit diesen Handschuhen umgehen. Wirst du das Mobil hier haben? Ich übergebe dir das hier. Ich trenne mich jetzt von dir. Ich will nicht sterben. Nein, ich folge nicht. Oh, ich kann fahren. Wenn du Kreis drückst, kannst du boosten. Das ist nur ein Schweiß. Ich weiß nicht, wohin ich fahren soll. Ach, da ist eine Tankstelle. Ey, fahr doch nicht zu mir. Wenn du noch Ecktränken komm mit mir, nicht folgst. Guckt, Leute, was wie ein 30er dieser Mensch ist. Ach, Clara, komm jetzt einfach runter. Du checktest es nicht. Was ist das? Geil, komm mal. Komm mal. Ich habe was richtig Geiles. Heide dich nicht. Komm. Ich wollte mich auch nicht heilen. Es hält aber nur Schild, oder? Kann man es wieder einsammeln? Gut. Dann kaputt gehen. Komm, wir nehmen das volle Ding hier. Immer neue nehmen. Ja. Es antragt noch kaum Sprit und ich habe keinen Bock zu tanken. Darum hast du mir das Mobil überlassen. Hier fahren wir hin. Das war, da in der Nähe, es war ein Lootdrop. Naja, was sage ich, in der Nähe. Auf der Map ist halt ein Lootdrop, aber da habe ich keinen Bock hinzugehen. An einem Spieler? Nö, das war ein Uno oder so. Welchen Spiel herbefall hätte, hätte ich erst gedroppt. Magst du dieses Pferd? Ja. Ist zwar nicht so schnell, aber... Hast du ein Ziel, oder fährst du einfach auf Glück? In die Zone. Aha. Oh, hier ist ein neues. Lecker. Wenn das keinen Tank mehr hat... Oh, gut. Habt mehr Tank als unseres. Hm. Ach, guck mal, welche Waffe ich habe. Geil. Hab ich auch. Hier ist noch ein ASI-TV-Mobil. Ach so. Immer neue nehmen. Hm. Da oben stehen drei Schneemänner. Lass einfach zum YouTube gehen. Als ob der noch nicht geöffnet wurde. Meine. Ja. Da war eh nur das Rad drin. Doch hier... Also willst du die da nicht haben? Ne, Splashies. Doch, ich nehm die natürlich. Irgendwas. Na, aber das hier ist irgendwie besser. Ne, du kannst es nicht haben. Ich will den nicht. Oh. 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 Wo ist jetzt unser ASI-TV-Mobil? Das ist weitergerollt. Nach hier. Wo, wo, wo? Es ist irgendwie weitergerollt. Ich glaube nach hier. Oh ne, ich hasse laufen. Vor allen Dingen in Fortnite. Komm, dann laufen wir einfach rum. Puh. Was haben wir die denn? Weil ich nicht mit umgehen kann. Ach so, wir haben sie, weil du nicht mit umgehen kannst. Ah, ich habe einen Sprung geschafft. Oh, ich habe Mut angesammelt. Ich habe keine Ahnung, wo du hin bist. Du bist zu schnell. Und du bist zu schlecht. Wenigstens habe ich es mir besser hingekriegt. Oh. Geht da. Bei dir? Ach, ich sehe dich fliegen. Du musst einfach an einen Baum gedrückt halten. Ich fliege mit dir. Ach, die Zone. Scheiße. Oh ne, ich habe Pooldown. Ich auch, aber ich renne. Wieso hast du schon so viele Dinger verbraucht? Flimm, ey. Auf hinten waren übrigens Spiele, aber es ist mir kalt. Da hinten ist noch ein Wolf. Das ist mir kalt. Wie. 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 Um gehst du. Auf den Berg. So, ich glaube. In die Zone gehe ich. Oh, ich kann das nicht. Wieso bist du so weit und ich so weit hinten. Hm. Ich glaube, das kannst du selbst beantworten. Nein. Ich habe hier irgendwo einen spannenden Ort. Ich mache Spider-Man-Kreis liegen. Bin ich bei dir in der Nähe? Na, wo bist du? Ich bin hier bei dir. Ach da! Na ja. Wuiiii. Huuu. 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 Ich kann nicht. Oh, das klingt jetzt so geil. Wenn man es kann. Das geht aber auch einfach. Guck mal, wir haben gleich viel. Was gleich viel. Ja, von diesem Spider-Man-Handeln. Ja. Wen juckt's? Ich habe noch genug. Ich könnte auch noch eine ganze Zeit umschieben. Wie viele Spieler leben noch? Siehst du das? Warte. Sie leben noch. Oh. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gucken kann. 10 Spieler. Also heißt es, 8 müssen gesiegt werden. Hier irgendwo. Da wird geschossen oder so, oder? Ne. Huiiii. Schaukel. Und. Huuu. 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 Zurück. Und. Och ne. Ich habe verkraft. Ich traurig. Ich guck mal kurz, ob hier vielleicht irgendwo ein Spieler ist. Die Aufnahme geht schon 16 Minuten und wir haben nicht mit einem Fortnite-Rolle fertig. Huuu. Huuu. Bei einem Wiener-Bus. Hast du, äh, also würdest du da hingehen? Äh. Ich bin schon da. Nicht dein Ernst. Ja. Du gehst bis nicht in deine Zone, Gero. Und hier ist auch noch Lootrop. Wo bist du? Ich will mitkommen, aber ich kann dieses Spider-Man jetzt nicht benutzen. Ah, wir werden geschlossen. Das juckt mich nicht. Hau doch einfach ab. Du hast Spider-Man. Ja, das ist mir jetzt gerade auch eingefallen. Ja. Toll. Bringen wir viel. Ich bin fast down. Huuu. Ja, ich bin auch gehauen. Kann ich denn schon jemandem trauen? Nein. Ups. Was ist denn jetzt passiert? Ich hab Eisfüße. Soll ich... Soll ich kommen? Machst du die Runde. Zwei Runde. Zwei Runde. Zwei Runde. Zwei Runde. Ich hol mir schmackhaft Schokolade jetzt. Ja, mach. Tschüss. Ich werde eh da recht sterben. Weil der Spieler bei mir ist. Okay. Ich bin dank. Vierter. Ja, okay. Damit würde ich auch die Aufnahme beenden. Und dann schau. Tschüss.